Hurra, die Welt geht unter. Das ist so ein schöner Song. Ja. Wir sehen an dem Abend Hurra, die Welt geht unter eine szenisch-musikalische Bühnenrevue mit Songs und Liedern, sowohl aus den goldenen Zwanzigern als auch aus der Gegenwart und auch aus der Zeit dazwischen. Ganz varietétypisch gibt es eine kleine Band, bestehend aus sieben Personen. Und wir interpretieren alle Lieder der damaligen Zeit und der heutigen Zeit in unserem eigenen Klang. Hin und wieder entsteht ein ganz spannender Mix. Das heißt also, es war sehr erstaunlich, wie sehr die Themen der damaligen Zeit heute immer noch aktuell sind und eine wichtige Rolle spielen. Es wird ein sehr schöner Abend, vor allem in einer sehr schönen Ambiente. Die Studio-Box ist klein, fein, man ist hautnah dabei und ich glaube, man sieht, dass wir wirklich sehr viel Leidenschaft und Energie in das Projekt reingesteckt haben. Und das heißt auch, es wird ein sehr schöner Abend, die Zukunft der damaligen Zeit und Energie in das Projekt reingesteckt haben. Und das heißt auch, es wird ein sehr schöner Abend, das ist ein sehr schöner Abend.